Hallöle und guten Tag hat er gesagt. Bei Desperados 3. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Gelände der O'Harrows und ja, müssen das hier so ein bisschen jetzt plätten. Ich weiß noch nicht so richtig wie. Meike müsste ich den jetzt hier noch schnell irgendwie wegmachen. Aber ich glaube, wenn wir Hektor nehmen, wo ist denn Hektor? Da ist Hektor. Dann können wir, wenn wir hier eine Falle platzieren, dann muss man speichern. Oh, ich habe schon wieder Kula getrunken. Tut mir ein bisschen leid. Und weg. Jetzt können wir den nur los, ne? Oh, shit. Das hatten wir beim letzten Mal gar nicht bedacht, ne? Dass der eine den da sehen könnte. Ach so. Ja. Bereit, Bianca? Er hat auch ganz gut geklappt, ne? Ich glaube, jetzt ist er richtig safe. Obwohl er... Nee. Ich habe Lust auf Karl schlafen. Jetzt wird 30 gewonnen. Da hat er auch nicht funktioniert, ne? Jetzt läuft er da nicht rein. Jetzt habe ich Lust auf Karl schlafen. Wie lange haben wir denn? 17. Könnte ich den ganzen Tag machen. Das hat irgendwie jetzt so doch funktioniert, ne? Ich bin so selber gerade sehr verblufft davon. Aber so ist das eben halt, ne? Ich weiß jetzt nicht so richtig wie... Ja, okay. Nee, wir können das auch nicht. Ähm... Hier ein Feuerchen holen. Dann stellen wir uns irgendwie... Ich weiß nicht. Wir müssen uns, glaube ich, hier so dahinter stellen. Und dann wird er irgendwie da reinpipsen, ne? Guck mal los. Was hier keiner sieht. Was? Ja, nee. War zu weit entfernt. Oh, Gott sei Dank. Naja, das haut hin. Zu Wahnsinn. So muss das. So ist der nicht. Viel Lange. Ja. Und heftig viele Tote auf jeden Fall. So, wir holen den erstmal wieder abholen. Was können wir denn jetzt von hier oben machen? Wir speichern erstmal. Weil ich weiß gar nicht. Also, wenn wir den ausschalten. Den, den, den. Ach du Scheiße, ne? So. Ich glaube, ganz ehrlich. Ja, der guckt nicht weiter da. Wenn wir den jetzt erstmal ausschalten. 15. Hör, wieso? Ach, der hat uns gesehen? Okay, Moment. Dann müssten wir ja als erstes... Meine Spezialität... 15. Okay, Moment. Wir machen nochmal. Dann müssten wir ja als erstes den hier machen. 15. Ist noch nicht so weit. Dann könnten wir den hier machen. 16. Meine Spezialität... 17. Denn... Ah, ich habe gespeichert, ne? War das jetzt ein Fehler? Ne, ich glaube nicht. 1,8,5. Der kann ja eh nicht weit gucken, ne? Ah, der Job ist auch ziemlich hart, ne? Immer so gut zu laufen, das wäre jetzt auch nicht so meins, ehrlich gesagt. 18. 10. Na gut. Verstanden. Schon, komm, schon, komm, schon. Ach, das war doch... Das war doch so knapp gewesen, ey. Das hätte man mir mal... Auch, äh... Verstanden. Guteißen können, glaube ich. Das wird jetzt eher schnell. Jetzt kommt er, jetzt guckt er gleich nochmal. Okay. Reiten wir das nicht? 18. Verstanden. Unterwegs. Ja, ja. Ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, jetzt dreht er sich um. Was ist das? Oh, Gott sei Dank. So, speichern. Jetzt machen wir den mal aus. War gut. Oh, jetzt habe ich schon gespeichert, ne? Oh, Mann, ey. Jetzt muss es gelingen. Ich weiß gar nicht, wer gewinnen soll. Eigentlich finde ich den Dock ein bisschen überheblich. Aber... Wir werden mal den... Ich... Na los, amigo. Na, hier sind alle weg. Da sind wieder Sniper-Munitionen, ne? Ich habe das Richtige. Wir machen ja zu denen hier folgendes, ne? Ich habe noch eine Spritze. Da erinnert mich an den Krieg. Die großen Kerle über mich. Jetzt kommt Augen auf. Wir machen mal eine Speicherung. Okay. Und bitte, uh... kein Deck, du! Ah Quatsch! Oh Gott, ey. Die laufen ja beide, fack ja. Das ist ein Blackcak. läeehhh Das ist wirklich ein Blackjack. Ja, ne, jetzt, ne? Ach, und noch einen. Wie viele sind das denn? Ich denke, das reicht. Suchen wir uns eine Stelle mit Untergebersicht. Ich möchte etwas überpumpen. Ja, das kannst du ja auch, Digga. Kein Problem, weil da oben haben wir wieder drei Schuss. Das kommt nämlich sehr, sehr gut an. Verdammt! Hey, du! Okay, naja, ich stehe schon wieder. Ja, ja, ich hab's mitgekriegt. Einfach nicht gut, wenn wir, wenn wir, äh, stehen. Es kommen, es kommen, es kommen. Dreht euch nochmal um. Naja, das klappt jetzt sogar. Oh, da hinten sind noch extrem viele. Das sind auch noch zwei. Ich will irgendwie... Oh, da ist auch noch einer, der schaufelt. Okay. Ich will erstmal den hier oben platt machen. Das ist aber ein Poncho, der lässt sich gar nicht beeindrucken. Und dann schreiben wir das nicht. Speicher erstmal. Ich glaube nicht, dass mich hier einer sehen kann. Wenn man bekommt, was man bezahlt. Das nehme ich, dass wir das Licht ist ausgegangen. Nicht mein Problem. Versteh, nicht mein Problem. Weil es ist ja ein Poncho. Und die Ponchos sind ziemlich... ...hässlich. Also eigentlich hat er ja da reingeguckt, oder? Okay. Ich wusste nicht, dass der sie umdreht. Also der dreht sich ganz beschissen um, ne? Aber wir können ja mal probieren, wenn wir jetzt hier vorne... Keine Anwände. ...die Tasche hinwerfen, weil das ist ja nur ein Schütze. Ich weiß nicht. Bei der eine... Achso, der dreht sich ja jetzt um. Ja, bei der sieht es nämlich nicht. Okay. Warum dreht er sich denn jetzt wieder um? Alle drehen sich um. Das ist Wahnsinn, ey. So viele haben sich noch nie für... ...für mich interessiert, ey. Du bist zum... Wer zum Teufel bist du? Boah, wenn man jetzt 10.000 Mal den gleichen Fehler macht, ist das so ein Abfack-Scheiß, ey. Also, der darf sich denn nicht umdrehen. Wenn der sie umdreht, ist richtig... Mist. So, der dreht sich aber denn nochmal um. Warum auch immer. Jetzt dreht er sich um. Denn guckt er da. Okay. Mach mal eine Speicherung. Jetzt sind wir ja schön nah dran. Ach, deine Spritze. Denn irgendwann geht er zurück, ne? Ja, genau. Und jetzt geht er zurück. So, jetzt können wir nämlich auch speichern. Eigentlich können wir runter. Genau, mein Däuer. Und hier nach da hin. Der dürfte uns eigentlich nicht sehen. Okay. Die können wir ja eigentlich... Na gut, wenn wir den dahinter legen. Ich weiß nicht. Das wird sehr schnell. Das wird sehr schnell. Oh, okay. Auch nicht schlecht. So, und der dreht sich denn um. Der sieht immer den. Der fragt sich aber, ne, wo er ist, ne? Ne. Der fragt sich gar nichts. Das ist ein Poncho und das ist ein Schütze. Also ein Schütze. Den Schützen müssen wir eigentlich... Weglocken können. Das ist alles schön im Dunkeln. Das ist so der Vorteil. Lass mal überlegen. Also, wenn wir den jetzt hier irgendwie weglocken, ne? Mit einer Bärenfalle, meinetwegen. Wir können ja mal Hacker holen. Weil wenn der nämlich weggeht, ist das ja nicht unser Problem. Okay. Hä? Hä? Warum kommt denn der nicht raus? Nee, der sieht mir jetzt an. Ja, aber nicht jetzt, he? Der Flammcode muss weggehen. Geht klar. Jetzt gehen wir wirklich nach oben. Und Schuss. Die Anker ist 22. Ist das... Wen hab... Okay, das ist jetzt nicht sehr förderlich, ne? Aber wenn ich... Ja, ich kann natürlich... Das soll bei uns wachsen. Okay, ja. Wir können natürlich auch die Anker hier vorne instellen. Ja, die Anker haben. Naja. Und jetzt machen wir mal Lärm. Naja, Longcodes lassen sich hier nicht beeinflussen. Ah... 22. So unterwegs. Ja. Ist nix dabei. Hier kommt der Postbote. Hey, wo bleibst du denn? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder reingehe. Hey, jetzt können wir den Longcodes wenigstens ordentlich in reinhauen. Komm, geh nach oben. 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 Jetzt komm. Jetzt aber. BAM! Geil. Cool. Haben wir gut gemacht. Das ist echt... wieder super nice gelaufen. Hm. Ich weiß gar nicht. Seh ich mal ne Statistik? Weil ich will ja jetzt nicht hier unterschiedlich sein. Weißse. Ich weiß gar nicht. Seh ich mal ne Statistik? Das ist der letzte Longcodes. Alles komm. Hector hat jetzt bisher alle gemacht. Nicht stehen. Ah, jetzt hab ich schon McCoy gewählt. Ja, das kommt. Das sollte als fucking reichen. Nächstes Mal kriege ich. Wurden wir das nicht? Gut. Genau. Oh Gott. Das war aber jetzt ganz ganz knapp, ne? Gut. Da kann er nichts sehen, ne? Man sieht eigentlich hinter dem... Das muss man sehen. Normalerweise wissen wir alle. Aber das lassen wir jetzt alle. So geht das. Der soll da wieder hingehen. Der Jute. Schmeißen wir das Datli rinnen. Und dann... Dann ist der Schreck. Dann soll der richtig schön sein. Wir speichern davor noch einmal. So. Jetzt lasst es kommen. Und... Aleopsa sa! Uhuu. Öö. Ok. Ich hab... Hä? feuerwerk 27 fucking ads leicht wir können ja mal auf der karte gucken ob es noch irgendwo welche gibt ja nur noch da ich weiß gar nicht wie ich die jetzt weg patzen soll ist hier denn noch ein longcode bei reichen alle weg jetzt treffen wo darf ich mich denn nein geht er nicht rein also das kann ich hier nur abbrechen wo treffen wir uns denn hier hier treffen wir uns auf dem dach dann machen wir das wenn man die spanfahrt gleich passiert die bene ist schon ein geiles team da kann man mal sehen was man mit den beiden jetzt schon erwirtschaften kann und gegen ende da haben wir ja alle jetzt bin ich mal gespannt was zum teufel ist hier passiert was ist da unten los vielleicht haben die für heute genug ohera bekommen was zum teufel dauert da so lange beweg deinen arsch dorthin die setzen noch die geldling ein los rein los rein was geht's was zum klaus hier ab komm schon noch herr was ist das hier eine scheiße ich denke dass hier wieder extrem viele idioten sind oh man ich dachte das ist jetzt hier vorbei aber nicht dass es hier wieder fälle anfängt ich bin jetzt nicht begeistert ehrlich nicht also wirklich nicht was sind hier fragezeichen hier überall hier ist auch ein fragezeichen warum sind hier überall fragezeichen das müssen wir uns mal angucken aber natürlich in der nächsten folge von desperazos 3 bis zum nächsten mal ciao hier